Schönen guten Tag! Leid ist es für viele von uns gerade nicht leicht, hierher in die Kirche zu kommen. Vielleicht wohnt man ein bisschen weiter weg, vielleicht gehört man zu einer Risikogruppe, vielleicht liegt man krank im Bett, vielleicht ist man gerade so viel mit Homeoffice eingedeckt, dass man keinen Schritt vor die Tür machen kann. Wenn man nicht in die Kirche kommt, dann kommt die Kirche zu uns. So haben wir das die letzten Wochen schon gemeinsam gemacht und gesungen, gebetet und gefeiert. Heute möchte ich ganz bewusst unser schönes Kirchengebäude zu Ihnen auf den Bildschirm bringen. In Stille gehe ich jetzt durch die Gänge und ich bin mir sicher, dass ich an Ihrem Lieblingsplatz vorbeikommen werde. Drücken Sie dort auf Pause. Pausieren Sie. Nehmen Sie sich Zeit für einen kurzen Moment der Stille oder für ein Lied, für ein Gebet. Zünden Sie eine Kerze an. Jetzt ist Zeit für all das, was Sie gerne an Ihrem Lieblingsplatz in der Kirche machen. Danach freue ich mich wieder sehr, wenn Sie mit mir weiter durch die Gänge gehen. Ich starte hier an meinem Lieblingsplatz, der ist links vom Ambo, dort wo ich gern mit meiner Gitarre sitze und wo ich oft mit Ihnen bei den Gottesdiensten singe. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.